Mit der großen Landesausstellung 2020, der Sonderausstellung Fashion, beschreitet das Landesmuseum Württemberg neue Pfade, um ein neues und jüngeres Publikum zu gewinnen, hin zu einer experience-orientierten Ausstellung. Die Ausstellung bietet einem breiten Publikum eine vielfältige Annäherung an das Phänomen Mode, durch Inszenierung von Fashion-Styles, von Chanel, Dior und Modeikon, aber auch informativen Themen wie Konsum und Nachhaltigkeit. Sie lädt mit Fragestationen zur Selbstreflexion und der Auseinandersetzung mit der eigenen Auffassung von Mode ein. Die Catwalk-Installation setzt zentral ein mediales, immersives Statement zu Toleranz. Bei der Mitmachausstellung Run an den Stoff können Kinder selbst zum Modeschöpfer werden und im Fotostudio ihre Kollektion inszenieren. Ausgebuchte Besucherslots, neue Besuchergruppen und ein großes Medien-Courage auf Social Media, in den großen deutschen Zeitungen und Sondersendungen auf ARD, DREISAT und ARTE. Fashion – ein ganzheitliches Ausstellungsprojekt.